Fangen wir links wieder bei die Dreizehnen an, zur markanten Hohen Geisel, dann ein V, das rechte ist der Monte Cristallo, dann liegt uns Gartina Tampeza zu Füßen, es kommt der Monte Pelmo, die wunderbaren Tofanen, dann kommt der Gletscher ins Bild von der Marmolata, der füllt daneben Coturinespitze und La Varela und der Piz Bui, dann kommt der Monte Pelmo in der Hohenzina, dann kommt der Westerkaisern, dann kommt der Wetterschuss, der war der Kumpel.